oder und er ist ein wort heute was geht willkommen schau um nur als stufe 79 als erweitert ganze herzfälle nicht gesuchtet haben das war was los das ist so lächerlich Hubert, Hubert ist 71, was? also Hubert ist 71, ja da will ich nicht sagen mhm du bist noch in der Runde und nun muss den gestartet also das ist jetzt aber richtig gut gemacht ja dick ich komme gleich geht kurz weg umal umal jetzt will ich aber nur in den Ja, easy. Okay. Bin wieder. Ich soll jetzt ein Win machen. Da. Hubert, bist du? Kalle hat gesagt. Kalle hat geschrieben. Ja. Hast du mich verlinkt? Ja. Ja, gut. Kalle, guck mal bei mir vorbei. Ja, bei mir auch. Ach, was los nicht. Gaming Squad, Daniel, falsch geschrieben, extra. Äh, nee, das... Nein. Das U's habe ich extra weggenommen. YouTube. Oh, 22. Warst du schon am Start, Daniel? Ja, das bin ich. Ja, bei dir am Start. Oh, shit. Ich habe kurz Moin geschrieben, damit Kalle vorbeischauen kann, Alter. Yo, Leute, was glaub ich bin zu erraten und Hedge. Sorry. Alles klar, Digga. Digga, das war's für sich. Nee. Nee, du bist bei uns drin. Du bist bei uns drin. Ja. Nee. Nee, dieser Bug, ne? Nein, ich bin nicht, ey. Daniel hat genau gefühlt immer dasselbe Tam-Nay. Ja, welches Tam-Nay habe ich denn drin? Ha. Ähm, linkser von der Frau mit dem Ben. Das Kinds waren auch nicht mehr lange im Shop, ne? Oh, ein Zuschauer. Ah, rechts. Ja, sicher. so so er hat es bereits zwei zuschauer mit dem ranger er hat noch mal der shop magier skins heute schon mal die Spektralhackel gewöhnt oder auch immer er hat genau ganz wichtig soll ich mir die auch können hierfür schuld schick auf der Bauch ein aneinander ruf zu schlacken sie mir auch holen ja auch deswegen ich habe ich habe bei der Verlänkung einfach Lenny Boyle mit Y Lenny einfach mit Y Hä heu ich dich hast du hast du ja das Boyle mit Y sehr klar das andere nicht ich erinnere ich erinnere schon 28 Abonnenten ja könnte heute 30 am Ende werden wenn irgendjemand vorbeischauen ich habe auch mal ein zweiter Kant auf uns auch ich sage direkt zum Mann das ist ein Wunder aber auch wenn es am Erwohnenden die ich auf meinen Hauptaccount immer ja Prozent schützen vor Ort man kann sie erinnere ich jetzt kurz 3 ich muss das ab ab so der Endeffekt ein 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 vieler er hat ja alle gehen und runde Hütten aus der Niemann gibt die Säcke der ich habe nicht mehr keine Waffe sind tot auch ich bin aus ich bin aus und aus dann ist es dann nicht n die doch nicht kommt Hubert lass mir bitte die Chess beim Bein Footballplatz ja Kaffee ja ich weiß dass er hier ist wird Prozent ist er im Haus ich sie nicht dauert er hat sich ich habe es ist 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 ist tot die mit kommt ich bin mit kurz Lennox Lennox kommt er geht doch hoch ich komme Leute also es wird jetzt überzeichen wo Gott noch da es ist oder so schlecht die Kriegsglock wo sind die anderen ein Huberts ich habe ein Metcalf für dich hinter mir auf mich wird gebeiert die blauen mitzuhol ich mir eben schnell bei mir sind welche bei mir sind welche ich glaube ich habe ich glaube ich habe die Kopfhörer falsch drin ist ja ich habe ja ich habe die ich hatte die Kopfhörer falsch drin ich bin das Haus ich bin ja moin das hat der grüße ich bin ja johann ich bin ganz schön ich bin ganz schön ich bin ganz schön denn da ich bin ich habe ich bin ganz schön okay ein Mann die Mannschaft ganz schluss die Mannschaft ganz schluss das hat nur sieben Schuss ach so ich habe hier warte klar bis zum bist du als er hat zwei Arbeiten ja warte Prozent hier hinter dir hier wir haben eine andere kann mich noch zu können hat die danke ist ja auch so ist ja und ja ein team war das heim ich habe noch noch immer ein zuschauer wer ist das schreibt mal ein oder so oder was du gerade machst oder nicht war in uns mit den grüßen von wo es ist nein leute doch nicht mit diese worden zu um ein gott mal um ein nein 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 einer muss mich mit zu bauen Hubert um ein um ein Gott um ein Gott ein Ort am ehemal so ist dauernd der eines Ubers des Heimers es hat sich immer zu erinnerst in den Lennox wenn du den Loops die jetzt ne denn er hat sich ein Arschloch der du kannst die Leckstraße haben wir auch noch und wieder Heilung oder so er hat aber das auch nicht noch einer sein ich habe noch ein Schiff mit ihm ich weiß nicht von der Zauberstadt nicht gehalten ist aber ein bisschen und am besten sprechen wird es ist da jemand wo es da nicht mehr das ist nichts ich weiß wo der typ ist einer anderen portfort hinten drin in der auf dem roten haus was ist was ist ja warte ihre probera ich bin nicht mehr aber da war alles bei jemandem lockt munition auch alles und er hat herr und das ist bank für den luchuers ja einer ist bei ich glaube einer ist viel hoch Trio? Ja, der ist da. Ja, 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 ja. Äh, das ist ein Bot, glaube ich. Martin, nicht töten. Nein. Leute, nicht töten. Nicht töten. Der, der Lennox, du Kegelgesang. Ich habe Taschenriss. Ich habe Taschenriss. Junge Elias, Digga. Es waren eh nur acht Schuss. Seid mal leise. Ich habe Taschenriss. Kommt ihr. Ja. Ja, bro. Wenn er das jetzt nicht kriegt, der muss los. Ah, schöner 800 Metz insgesamt. Hier jemanden Bandages oder so. Ich habe schon ein Bandages. Ich brauche schon keinen Sniper-Schuss. Äh, hinten sind noch Gegner. Wo? Bei N.O. Bei N.O. Wollen wir mal hingehen? Wo sind die? Einmal leben, Alter. Ach, da hinten, das ist Süden, ein Weh, Alter. Hä, ja, ich habe auch ein Ohr davor geguckt. So. Ja, da war ich schon. Da war ich schon Ende. Und ich gehe da. Leute, ich spiele dir los. Hey, Mannjen. Oh, allen anderen. Habe ich auch Zeit, dass ich mal hingehen. Hey, Mann,ään. das tut heißt dass mir bitte das mit geht ach so ja ja ich lege so hart und damit ich nehme mir das gleich hast du steht oder so ein mini noch ich habe mir nicht in der Hose Jakob Stolzern wohl gerade gefinisht oder getötet komm mit die sind wahrscheinlich low wieso denkst du dass sie da sind doch ja oh mein gott länger das sind unterhalten in der dritte jahre der rote ab es tut war ein paar Jahre lang in der Welt er hat die Mann absteuern hätte ich hab den dreimal gehütet nur und da wie stopp könnte ich gar nicht da hätte ich mir sowieso genommen dann absteuert noch ein paar ich hab zwei hat irgendwie jemanden Lagerfeuer aus die Leone ist gar wer jemand möchte mann ob der normale oder eine Schalli müssen alle normale ja hier liegt auch noch normal mann ja ob man hat jemand hat jemand zu sagen dass man schuld hat sich noch heute ich habe genug ich habe vorher schon hat jemand aber schluss für sieben Schuss da ist ein bisschen geben dort und das tut man hat die Hälfte gegeben ja wohl noch zu und nicht doch die Vorlage ja hier wo er hatte ich doch und nicht wo die liegt aber den Berg so um ein MP hat ein Schuss MP kann den MP-Schuss geben eine Schaffmanition aber wir hatten nur ein Schuss im Magazin gar nicht gecheckt bitte in dem Automaten muss das Löffel drin sein komm mit einer Reihe erbte an den Nächsten nicht er hat er 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 sie gibt es auf dem ein ich habe ein Ok Robert hat noch zwei aber es geläftet Daniel du hast noch ein Kind abgestattet ein ein Kälter den hättest du zwei in Kinder hätten das Haus muss immer ist er hat einen Kurs das hat man kurz vor Ort nicht abgaben aber stimmt furchtbar nicht die meisten aber ja ihr meistert auch mega netz mehr muss mich auch er fährt darunter und wo ist noch immer da hinten an und diesen zuvor noch mehr Der wurde ab mit Ballons. Ey, warum ist das weg? Wo denn? Hä? Ich schätze nicht, wo die sind. Oh! Genau. Von wo habe ich so einen Hit gekriegt? Und wo will der jetzt hin? Ah, der landet hier. Ey, Leute, kommt mal zu mir. Ja, bei uns den Gegner. Ist bei dir auch einer? Ja, hier landen auch welche. Ja, bei mir ist auch einer. Oh, ich dachte, der bewegt sich. Oh, hier ist auch einer. Oh, mein Gott. Renegade, das ist ein Renegade-Rader kommt, bitte. Wir sind da befreit. Hier ist ein Renegade-Rader. Hier ist ein Renegade-Rader. Ist ein Renegade-Rader, season 2. Oh, er ist eins. Jetzt war das Ritter-Schild, praktiker. Leute. Hat einer was zu mir? Ah, dann ist es mir leuchtbar hunger Mensch. Das ist die�astische Fall. Schicksal-Schild. Kann ich nicht. Oh, er nach sich. Nein, da ist, in der Griff. Diein Weg. Diein Weg. Sind die Digger. Latuer. ja auch vor einheitlich was getroffen ich muss ihm ist es ist ein schützer da töten er treibt um ein Gott um ein Gott aufgrund seiner genockt ja schon längst da haben wir auch um ein Gott so hat sie in der Nähe der Lennon zu tun und du geist alles nirgends auch so und in ihrem Tag auch gleich so wenn er er hat er hat nur die Flüchtlingskoppel mittlere ich brauche mittlere bis zum Beispiel mittlere ich habe ich habe ich habe ich habe mich ich habe keine es ist ich habe es gerade weil er sich weniger lehrt da liegen welche ja ich weiß die Welt der Tatsache Nürnberg der hat hier ist nicht durchgehend hatte du geist alles er ist doch so alles alles alleine ist ich gehe pushen das macht weniger hier war noch einer ja egal dass wir hier selbst alleine er denkt in der tasche ist noch jemand dritter Digger hallo er da an oder das ist ein Ziel das ist das Lennox komm her geht dann wohl schlecht er aufbauen als Mauerherzschutz nein auch schade Digger inzwischen zum finischen der andere ist bei Dastie drin wahrscheinlich der ist oben auf Dastie oben ah ja einer ist oben ey da ne kommst du nicht, ich hab mich nicht nein ich krieg schade, heil mich, ich hab Schaden kassiert, das ist gut ich hab nur Fallschweig, alles gut das ist auch so, ich stelle noch kurz ein Messkiss komm her hallo komm rein ja ich komm rein Daniel ich komm doch du musst er größer es kann ich nicht in die Zehnung ja schnell heim hinter dir macht noch soll egal egal macht er easy ich hab mir festgestellt ich hab mit Schaden hey ok du kannst auf Ehre, ich hab ihn geschützt, ne ein von den hab ich gezählt oh halt auf Daniel Elie blick schreit also Bennett schreit hier ist es so eine Messe zu treffen als erster Bauern er der Leiter bei mir ist ein Leiter oder eine Bewegung auch nie das oben er hätte sich die Saison Koma Verband er und dann geht er nicht noch nicht muss den Puschen und hat die Maschinen ja meine Taste geht manchmal nicht das ist was auch zu ihr neben ihr seien da war er einmal doch die Art Dinger mann ein das heißt ob sauber sauber scheiße dreck heilane was will bändet denn jetzt als hr es ist der stress oder war ich komme ja es kommt vorbei bandage schreibt hauptsache zwei medkits und lässt sich sterben ach hä ja weil ich davor down war einer hätte auch drüber steppen können auf ja junge wahrscheinlich stepp ich drei kilometer zu dir rüber wahrscheinlich ist bei mir jemand da war es auch schon genug da habe ich ganz dran gedacht weil ich selbst gefeiert ja bei mir ist jemand da hat er mit dem die da ja ein bis abgestaut aber so ein egal mann wie sich das ist ein du ein du ein dugegern und mann von mir und einer vorgängst du dir gar nicht da hat er so weckt ein einer hätte ziehen 100 damit hat eine eine gewisse das ist jetzt noch den johol aber auch du darfst halt nur kein mit Kassel an es wird auch vorgelegt ein Jahrhundert wie er ist die Gäste aber ich mache mich schon gut mit das gleichamt Daniel wenn Kalle sagt sie ja jetzt müssen wir auch wohl in Wien die sieben ein Zertzünder Kölz im K2 ein Brot der Arme Huber Regie es ist auch nicht die ersten Nacht aber von ersten Leistungen aber geht aus dem Jahr mehr der Teichgörte Draschen im Zwer aber sie wollen einfach vierundzwanz Minuten gehört 24 aber und so er er wird noch mal der Präder nicht noch schreiben konnte er tritt mir mal bei ein haben ab Nino das ist die Orte manchmal nicht auf den und schlichte ich habe glaube ich sie wird und ab und auch herrlich auf ja warum geht das nicht wird man bereit an das ist denn jetzt denn die mir kurz ab und jetzt immer noch zu 8 drück mal bereit alter das ist auch er bei mir steht noch immer auffüllen ein junger Weg machen immer an oder hier ist egal wen ich weiß nicht die Zeit los geht es hat mich dann aus dem Leben ich niemals holen die sich dort und dann aber ihr habt gefühlt ja jedes gehen und sonst welches gehen was tun tut mir nicht es ist krass und bereit Suche nach Abwehr aber das ist ein Läger die Bereiche mit ich hätte es gesagt die hessliche aber den ersten genannte erster da hat er noch mal reinkommen hoffentlich kommt der morgen schon im schweiß der Wettbewerb morgen kommt der Welt noch mal kommt mal erst ganz so ich glaube irgendwie das der das der Film in den Lerner Kurs ich glaube irgendwie dass der Film in den Lernox hat nicht mehr wieder im Shop kommt also später ist nach einem Jahr oder so ich glaube ich bin ganz wichtig irgendwie so ein Gefühl er hat nicht vielleicht ein Jahr aber vielleicht 200 Euro Euro bei der Weih jetzt schon zwei Monate oder drei Monate nicht mehr drauf da war es als nächstes Kind kommen zu den Daniel im Sitz Aureaus ist er gesagt man sollte ich werden hier mein Ex-Knapp-Version die Läden ist Schlepp oder so und er hat noch mal ein paar Hildes ich kann mein Ex-Knapp-Ustorben Prozent das ist ja ich habe gerade das und das erste Mal Hängegleiter auf Fledermaus ausprobiert also letzte Runde der Szenen Marko Gleiter oder? Man sieht halt gar nichts ja hab ich ey das ist unfair mein X mein X-Knapp funktioniert nicht das komm ich jetzt ok was ne Scheiße ey weißt du was weißt du was Bennett geschrieben hat in meinem Stream also noch viel Spaß dir und nicht eatsgirl 0804 er kennt er kennt er Elias? ja die haben schon mal gezeugt ja ich glaube denn sie sind drei oder so ey ne Benatner 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 ist nicht korrekt ne aber der gute alte Nordblicks nix 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 verdient o ein nix 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 ich muss mal ein nach der Runde holst kurz nach einer Kontrolle jetzt auch nicht so krass man braucht aber nicht so krasser Spieler der also den Anfang geht wahrscheinlich ist der Stadt auch von Kio ein Ausprinzip sage ich jetzt einfach mal das ist scheiß an dem Spiel auch einfach aus dem ich ich bin ein Aux naja bei mir sind zwei Leute Rieger ein Auge ich nicht hätte ich nicht Elbe Meister kommst du keine Waffe steht nun ins auch vor Elf wer hat die Granaten kann gerade nicht bemerkt der Schmerzen Kauert was da stirbt so nass das ist aber auch schock also ich habe ihn so einen saftigen die gehörte gegeben er hat sein Leben weil ich komme das ist ja das ist eine rechte ich baubau und ob ich mit er noch wo sie jemand der hat main was hat der für eine Waffe Digga ich bin tot er kommt er noch bei mir ist ein Metcalf der ist aber unterwegs ich bin jetzt ein Metcalfe was der hat 20 Affili ich hab auch 20 Affiliate ich hab auch 28 Affiliate das war es schaffte bei mich lasse er hat er er hat uns gleich und er hat mir auch immer und kann mit mir ab und sieben gegeben weiter ja die Papp gemacht an der 100 4 30 16 15iger so schwul Prozent Rottel ist schließen ein Kontroll an Karl ja auch tötet war schon mal äh danke dafür hier ist das war muss auch ein das jetzt kommt 6 Internet ja Internet warte ich kurz gespielt hallo ja ich komme zu party doch ich habe die karte eingelangt ein zuschauer mal wieder der wir haben wir ihn geholt mit 17 kids oder wie viel war das 12 17 ja die meinten wir die meinten wir aber hier ist auch jemand drin aber schreib mal rein alter schreib doch keiner rein Alex kommt auch rein aber vielleicht kann er wieder auf oder so ach es ist ja erst acht 19 Uhr er hat muss doch eben um 22 Uhr herrn denn 8 kommt er dann erwarten nicht wieder das ist ja auch nein wie gestern alter eine nachricht von einem zuschauer muss ich kurz gucken sorry für bluescreen Moin Moin Alex wie geht's wie geht's Alex Der Typ schreibt Moin Moin meine aktiven Spritzer da k 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 werden kann erst mal schön Monti gegönnt das wird nicht in YouTube ich bin nicht mal den Besten Digga Herr Wer ist der bestes Kind ich hab Gott nicht zugehört Digga ich kann nicht springen! Herr Welcher wir sind am streamen Robert bei mir sind 5 Leute oh noch ne Nachricht kann grad nicht gucken sorry ich kann grad die nahe nicht sehen weil ich grad mich konzentriere richtig gut außer dass ihr dass ich von Konsole eingeschlafen bin und meine PS4 sich ausgeschaltet hat und dann hatte ich keinen Bock mehr ja moin Moinsen guck guck Digga ich hab grad nen Typ gehackt oh Bruder ja 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 bei mir sind Leute kommt ihr mal doch ich wollte grad ja kommen aber dann hab ich Leute gesehen da ja 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 Ehremann, gib mir mal die MP, Digga, hör mal auf zu geiern. Geh mal die MP. Geh mal die MP. Geh mal die MP, Elias. Kommt ihr bei mir, sind Leute, ich hab schon 50 Mal gesagt. Danke, Digga, Ehremann gönnt sich natürlich alles, ja. Ja, ich hab's nicht in uns da, klar. Endlich einer. Das ist meine, hab' gedacht. Hab' jemand mit Lassen? Hab' jemand mit Lassen? Hab' jemand mit Lassen? Junge Hubert. Hab' jemand mit Lassen? Achso, okay. Achso, okay. Kann doch ein Stream nachgucken. Hat' jemand mit Lassen? Mit Lassen? Ja. Ja, nein. Oh, Lennox, Alter, du. Du hab' mal mit Lassen. Ich hab' hier nicht Falle gelaufen. Sag' mal, mittlere. Ja, okay, der nicht. Ja, Monier, Renovilz. Drei Zuschauer. Geil. 33. Ja, warte. 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 Ja, warte. Warte. Ja, warte. Ja, wenn der noch mal den Chak-Chak trinken würde, den ich ihm geben würde, wenn er nicht kommt dann trink ich ihn. Was ist so? Liegt hier. Liegt hier. Liegt hier. Guck mal. Elias, komm mal her. Elias, ich hab'n Biggie für dich. Ich nehm' ihn mit, ich nehm' ihn mit. Elias, ich nehm' ihn mit. Danke. Hubert. Komm mal her. No, he. Elias, komm her. Fahr' immer an nahen Bäumen vorbei. Ich will die hacken. Ich brauch' Mett. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Stee zu. Nahen Bäumen vorbei. Bäume vorbeifahren ja genau und auf Autobahn ja okay und so ist auch weit nun und wird gerade hier im baum gefällt da ist jemand wir kommen wieder auf Zeitüberschreitung pur einer genockt hey die jetzt möchtest du den ja kriegst du wartet und meine akk akk hier Elias komm mal her ich brauche auch hier hier Elias deine pg hat irgendwer kleine money hat irgendwer kleine money hat irgendwer kleine money hat irgendwer kleine money ja ich auch ja ja neil habe ich da zwei habe ich für dich so viel Elias und oder so viel gib mal kleine money beide gib mal kleine money und eben auch hier hier hinter dir oh ja ja hier du bist du hey hat irgendwer mehr als du bist hier brauche ich selber kannst du mir was geben Elias ab geht wird noch gefeiert tisch Jungs nach einiger wahrscheinlich wenn ich mein ganzes 100 schick nein 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 scheiß drauf scheiß drauf wenn wir in die Sonnen gehen ist es unnötig na scheiß drauf die werden wir gleich abfangen na dann wo sind die auf dem Berg die kommen nicht so schnell runter warte nein lass die holen ab 2 Kills die Kombos tun geil aus mit der Funk wo sind die auf dem Berg wo ist ein nama wo ist ein nama wo ist ein nama da ist ein gegner stopp warte wir müssen auf die warten warte auf die ilyas ilyas geteilt Bitte einfach, Junge, wenn die dein Lut kriegen und den killen, scheiß drauf, gib einfach alles von uns. Ja. Ilias, gib einfach alles. Ich will nur den RPG, ich will den RPG, Ilias. Ja, ich will nur die Money. Digga, Geil, halt nicht alles, Alter. Ja, Junge, du kannst alle, ey, Dani, ne? So. Gib mal, ich will den RPG, Moni, gib mal, RPG, Moni, Lennox. Gib mal, die Metz, Ili, Junge. Gib mal, RPG, Moni, den kriegst du auch Metz, Alter. Ja, gib mal, Dani. Dani, Dani, gib mal, ihr habt die Metz. Ja, chill. was willst du denn ich brauche auch Pumpkorn ich habe nur 20 Schuss 20 ich habe 41 Gegner, Gegner auch halt's Maul ich hasse dieses Spielen Lass mal Zone Scheiße verliert ich hab noch ein Biggie für Daniel ja 162 äh 41 kann ich dir gleich wählen das was geben hm kann ich gleich den Biggie, Lennox ja ja klar stimmt ja ja sorry ich glaube unten lang dabei oben sind Gegner ja egal wir können ja nicht mehr unten lang laufen komplett rum hier ist der Cordram, ich kann einen mitnehmen ne ja ja ne 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 in der Zone hm ja ich, Digga wenn da Palette ist ich weiß nicht, ich will mich wieder nennen ich brauche Holz nein ich bin abgestiegen lass mich wieder rauf Lennox Gegner wo? warte bei uns der Gegner ja wo ist ein Gegner? nicht die Palette, die es kaputt machen wo? stopp! ah jetzt sehe ich die steck aus Hubert ja das mein die sind das ja ja das mein ich hat nen Hit hier ist einer Digga von hinten, ich hab kein Bock mehr ich komme gleich heil mich, ich komme gleich heil mich, ich komme gleich Einer ist ja auch low ja er knallt ihn ab auch man ja Daniel ja Daniel 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 war los ja tschu 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 Jan der Meld n sag ich kann dieCHR Silo digital da ich' komm jetzt wieder klorden elektronweit Ok ich bin damit die Dienste das war es auch wieder morgen wird auch rein es ist schon ein Schuss auch ja ja Und nachher Daniel ist es schön zu machen, ja. Ich habe Kuschel hier. Ja. Ja. Alles fest? Ja. Keine Ahnung. Vorher schien Frisch. Ach Daniel, wir sind gestorben. Ja, ich bin wieder da. Bin wieder da. Ich? Äh, das ist da? Hm, ehrenmänner, das meine Eltern nennen. Warum? Okay, gleich. Erstmal Döner. Ja, okay, ich lass verlassen. Digga, guck mal. Warte. Tschor. Nee, in die Bude, in die Tschor. Was? Ja, wegen Elias. Ja, moin, Digga. Der Typ, ne? Junge, wie viele Accounts hast du dir denn noch erstellt? Ja, moin, Alex hat ständig 50 Accounts gefühlt, Alter, und abonniert mich. Wenn das der Typ, wenn Alex das ist, ne? Ich weiß nicht, ob er das ist, oder? Muss doch nicht, passt schon. Digga, 28 Abos hab ich jetzt. Digga, ich hab jetzt 28 Abos. Kommst du rein bei uns? Digga, Alter. Der Typ hat richtig... Ich lade dich ein. Der Typ hat richtig viele Ause, Digga. Alex. Hast du dir Accounts erstellt? Wenn ja, dann schreib mal rein. Wenn nein, dann schreib mal rein, ob das Kumpels oder so sind, Alter. Schreib mal rein. Digga. Doch, ich hab dich eingeladen. Warte, ich lade dich nochmal ein. Und dir kann ich auch nicht joinen. Ach so, er hat sich mit Cousins geteilt. Hm. Ich dachte schon, du hast dir richtig viele Accounts erstellt und so. Ich würd grad sagen. Oh, der Döner ist so geil, ne? Digga. Mach mal. Soll ich mir auch einholen? Soll ich mir auch einholen? Ja, warte, 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 soll ich mir auch einholen? Warte, ich lade über Party ein. Warte, ich muss kurz... Genau, in meinem... Ich schreib drauf, was hier mal zum Döner rein tut. Hab jetzt eingemacht, oder? Zwei Zuschauer. Digga. Hä? Wer ist der zweite? Einmal Alex und der andere? Ah ja, Alex. Ich schreib mit Hauptschule geteilt. Ey, nee. Oh, Digga. Nicht mit Hauptschule. Wenn ich so ein richtig großer YouTuber werde, ne? So richtig großer mit... Mit so 100.000 Abos und so, ne? Werde ich... Werde ich eh nicht, aber egal. Und... Dann mir jemand so spendet, so 5 Euro Spende oder so. Weißt du, wie ich das einblende? Unten steht er 5 Euro Spende. Und da über ist so ein... So ein Musikvideo. Hauptschüler. Mit dem Hauptschüler lieb. Ey, kann man mich eigentlich schon live... Ja, in den letzten... Oh, ich weiß jetzt gerade gar nicht. Oh. Der Döner ist geil. Ich hab grad am Döner. Ich hab mal jemand rein und man in die es hört. Scheiße, wenn man ein Controller ist leer. Und wenn man leise aufsetzt. Ich muss... Ich muss ein Ladegerät finden. Ja, ich hab grad... Nein, ich hab grad... Ja, ich hab grad... Ja, ich hab grad... Ja, ich hab grad... Geht das? Ja, alles... Ja, das wäre... Perfekt, perfekt. Scheiße, das kam es aber... Zu kurz. Ich glaube, ichơn wir auch nicht in Döner. Ich hab grad... Ich hab grad... Ich hab grad... Boah, man... Boah, man... okay bin jetzt in der Reise beiträgt werden jetzt in der Runde die Karte wieder verlassen können wir verlassen wird jetzt nicht mehr auch nachher nicht dafür dass ihr mich ich neue Lobby reinlasst und du kannst jetzt beitreten und dann warten an die Ja, wofür sind diese Rotz-Häuser hier? Sehr langweilig. Komm, ich lande jetzt mal bei so einem Haus hier. Bei so einem richtig mini-fetten Haus, das so selbst gebaut ist. Ist auch an der Loggi? Mal gucken, was hier drin gibt. Ich war hier noch nie drin. Ah ja, schon mal zwei Kisten. Geil. Ja, ich bin hier. Ich bin auch so ne Art neben Haus gekommen. Wir haben mal eine Matches. Drei Zuschauer, drei, äh, acht Nachrichten. Hä? Ich hab keine Nachricht mehr bekommen. Ach ja, moin, weil acht Nachrichten war. Drei Zuschauer. Neue Zuschauer, schreib mal in den Chat. Ich hab ne mini-gan, jetzt kann ich mal meine Mission machen. Heute ist dieser Supergleiter im Shop, ne, der ist so nicht unnötig. Und weißt du was? Weißt du was in seinem Dingslust drinsteht in dem, äh, Satz da, keine Ahnung, wie es heißt. Nein, ich bin nur durch die Luft. Meine ich diesen. Ich sind voll die Sachen. Ich hole die mir Lennox. Und. Ja, ruft zerschlacht. Er hört meinen Ruf. Zwernd, wenn du hochzuladen hast, ich bin der dritte Zuschauer natürlich mit meinem kaputten Handy 3 auf der Nachricht Deine Likes meine Likes BTS meine Likes warte Junge selber abonnierst du mit deinen ganzen Kanälen und nicht deine Hauptschülerfreunde Deine Likes ach guter Alex 20 Likes gg Degg Degg du verarschst mich doch eh oder Degg kann man eigentlich irgendwie bei was haben Cousins und Hauptschüler gemacht Degg keine Ahnung Alter Sprengbutton gesprengt Sprengbutton Degg 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 hm Degg Hn 3 des Alta Rüstiger Hubert mein Freund wurde gewandt weil irgendwen die Gister genannt hat ganz blöd ja der wurde ich weiß nicht wo er gemandt wurde halt nur so ein Chat von aufgeschrieben hat irgendein Spaß wollen wir Spielwiese oder wollen wir auf den Schiffen kämpfen war nur Jagdgewehr Herr was denn nur Jagdgewehr lass erstmal noch eine normale Runde machen ja wir sind jetzt erstmal in einer Teamrunde ich und ich und Daniel aber wir dürfen nicht bauen bei bauen dann ja Digga wie willst du denn damit mit dem Jagdgewehr was war uns mit ja ja ich war jetzt auf den Platz vor oh ja krass der war 7 3 noch mal drinnen da ja doch dumm irgendjemand hat das gesagt ich glaub das hast du bei du bei uns doch nicht 7 3 7 3 wenn es 7 3 drin wär dann hätte ich ihn mir direkt geholt 7 2 doch nicht doch doch ja ja weihnachten ja ja weihnachten ja ja weihnachten da war auch fast genau in einem Jahr oder über einem Jahr ich hab doch gesehen ne und dann dachte ich ja ich darf mir eh nicht kaufen und dann dürfte ich darin mir noch nicht kaufen am 16 November war da glaube ich oder am 13 nicht äh Dezember meintestes November ja oder so glaube ich ich weiß ich habe am 2. Dezember angefangen zu zocken ne ich hab am November angefangen zu zocken so geil hör auf zu labern du hast eh nicht November angefangen zu zocken doch ich hab noch so ein altes Bild ja sonst hättest kein Marco Gleiter sonst hättest du Marco Gleiter Junge davor was denkst du wie auch ich da gezockt hab ich hätte so lange den Marco Gleiter Junge ah nee du kennst mich doch Digga eigentlich bist du voll der Sucht ja war früher war es ja gar kein Sucht die Junge Liga früher hab ich die Play die fast gar nicht benutzt dann sofort ne Digga Komplett Digga sind grad so scheiße na ja danke alter nein Jungs ich komm gleich ne das war Leute ich glaub viel Zuschauer ich glaub ich beende den Livestream ich weiß nicht soll ich mal den Livestream beenden wenn ja oder nein schreibs mal rein nein 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 wir machen ja gleich das Spiel wie so ja ich werde ja eh gleich Döner holen vielleicht ja 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 Leute das war so ich weiß nicht aber vielleicht vielleicht ich ich den Vettel Robert wenn ja Robert Gönnen d ich hab auch noch ein Aber die da hätte ich. Boah, Digga. Der Typ wird's auch wissen, wa? Vergaß den Typen. Meist. Hey, Hubert, komm her. Hubert, komm her. Ich bin gerade unterwegs. Oh Gott, was hat mich so gelasert mit einer normalen Pistole? Ey, ich hab' Hilfe, mach' schnell. Niemand schaut rein. Na gut, ich beend den Livestream. Wer hat dich gelasert? Haut rein, ja, ich beend den. Haut rein und ciao.